Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stehlende Hülle unterschied mich nichts von den Leichten in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. ¡Juggeräusche! Renate! Rene! Hinsichtlich! Hinsichtlich! Was ist das? 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 Was ist das?